Hallo meine Freunde und herzlich willkommen und ich darf euch begrüßen und zwar zu den Patch Notes 10.6, die sind nämlich jetzt rausgekommen und auf diesem natürlich wunderbaren Kanal, wo ihr auch alle zuschaut, gibt es ja natürlich ein Video dazu. Und ich muss sagen, ich habe ja vor kurzem ein PBE-Video gemacht, das heißt es werden einige Dinge sich wiederholen, die werden wir mehr oder weniger skippen, aber es gibt zwei Sachen, die sind insane und mit der einen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und es gibt noch ein paar neue Sachen außerdem, es sind ein paar neue Dinge noch dabei, also ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, ich spring da mal rüber, sodass ihr es nicht seht. Autofill im Ranked, meine Freunde. Aktuell ist es so, dass sich viele Spieler über Autofill beschweren, dein ganzes Team ist geautofillt, manchmal ist das ja auch immer so ein bisschen falsch autofillt, weil ich denke mir manchmal auch, ja jetzt mal eine Runde Toplane. Und dann, es gibt ja so Systeme, da kann man nachgucken und dann steht da bei Tobi Autofill Fragezeichen, weil ich nie Toplane spiele, dabei habe ich Toplane gewählt. Das heißt, Regel Nummer 1, Autofill ist nicht gleich Autofill. Aber, das war es auch schon an Regeln, worum es im Prinzip geht, ist, dass jetzt das System etwas länger sucht, ja. Bevor, also aktuell sagt sich das Team, okay, hier ein, hier ein, da ein Autofill, da ein Autofill und abfahrt damit. Und jetzt sagen sie, okay, lass ein bisschen suchen, lass ein bisschen suchen, das heißt, die Queue-Zeiten könnten ein bisschen länger gehen, aber, ja, man kann nicht alles haben. Und es wird immer noch Autofills geben. Na, das steht hier ganz deutlich drin, weil wenn man alle Autofills beseitigen würde, würden die Queue-Times Skyrocket-mäßig nach oben gehen und, äh, insane, ne, komplett insane. Allerdings, äh, hat man gemerkt, also, im isolierten, äh, Programm hat das ganz gut geklappt, allerdings hat sie etwas Probleme mit ungleicher MMR. Das heißt, es kann sein, dass das eine Team deutlich höher ist als das andere. Und was auch ebenfalls noch wichtig ist, ist, dass sie versuchen, Pre-Mates, nämlich, ähm, mehr zu verteilen. Das heißt, dass beide Teams gleich viele Duo-Teams haben. Ja, manchmal ist es ja so, das eine Team hat zwei Duo-Teams, das andere hat nur eins, das andere hat gar keins und so soll es jetzt ein bisschen besser verteilt werden. Okay, Anivia, Anivia haben wir schon mal besprochen, ihre Queue, äh, beziehungsweise ihr Ultimate friert jetzt länger. Das heißt, man kann besser mit der Ultimate da draufballern, nicht mit der Ultimate, mit der E da draufballern. Ähm, allerdings stand auch auf dem PBE noch, das fällt mir gerade ein, dass die Ultimate nicht mehr unterbrochen werden kann. Das heißt, das wird anscheinend nicht übernommen. Steht hier von nichts, das heißt, es ist nicht übernommen, aber ist auch gut so. Ich meine, hey, man muss auch Counterplay gegen den Champion haben und wenn du, okay, du kannst aus dem Feld raus, aber wenn du da mittendrin stehst, wie die Eisprinzessin, ähm, und dann stehst du da, äh, wie in der Antarktis, ne. Also, man kann nach wie vor die Ultimate unterbrechen, allerdings, also ganz dezent der Buff. Aphelios wird ein bisschen genervt, das haben wir ja schon besprochen, das heißt, sein Severum, sein Infernung und Crescendo machen alle drei weniger Damage. Darius hat mehr Mana-Kosten auf seinen Spells, Draven ist neu, Leute. Draven kriegt 10% mehr Decaying Movement Speed, das ist ziemlich 74%, muss man sagen. Man sieht aktuell aber auch Draven überhaupt nicht. Deswegen ist der Buff auf jeden Fall fein, würde ich sagen. Garin wird auch genervt, wurde ich, ja, heute erst gesmashed, für die Leute, die das Video gesehen haben. Ähm, und zwar hat der jetzt weniger Magier-Sense, ja, Sabalotti, es ist aber ordentlich weniger. Ähm, also das ist ja pro Level. Und seine E macht weniger Crit-Damage, Crit-Strike-Ratio. Also, die Rate, wie das krittet oder so ähnlich, wird auf jeden Fall reduziert. Hekarim ist auch neu. Hekarims Ultimate, je weiter er jetzt mit seinem Ultimate reitet, umso länger wird der Gegner gefiert. Das heißt aber, wenn ihr direkt vor euch einen viert, ist das kein Nerf, sondern sind immer noch 0,75. Aber, es kann auf 2 hochgehen und vorher war das auf 1,5. Ja, das heißt, das ist, wenn du richtig weit damit chargst mit der Ultimate, wirst du auf jeden Fall belohnt. Das ist ziemlich cool. So, Cain, Cain wird nochmal gebufft. Ich weiß gar nicht, warum Cain gerade so viel Liebe bekommt, aber ich finde das ziemlich cool, weil ich liebe Cain. Äh, ab Minute 10 bis 13 bekommt er nochmal 15% Medizenz. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, ab Minute 10 bis 13, naja, 10 geht noch so gerade, aber man muss sagen, wenn du so bei Minute 11, 12, 13 bist, dann läuft dein Cain-Game nicht gut, wenn du bis dahin noch nicht verwandelt bist. Ist kein gutes Game. Und, aber Medium, ne, wenn du dich da, ich hatte auch schon Games, da war ich mal bei Minute 19 verwandelt. Aber da muss ich auch auf die andere Form warten. Na gut. Ist auf jeden Fall cool, ist ein Buff, ist nett. Kann man so machen. Nehmen wir mit. Kindred wird gebufft, das heißt, sie hat etwas mehr Mana-Recken, hat etwas mehr Attack-Damage, ihre W heilt ein bisschen besser und auch ihre R heilt mehr. Morgana hatten wir besprochen, besseres Black Shield, mehr Movement Speed. Rise ist neu, wird jetzt, hat mehr Mana-Recken und man sagt, er hat zu wenig Late-Game-Damage, weiß ich ja nicht. Aber seine W macht jetzt 40 mehr Damage, ist auf jeden Fall cool, also zumindest im Late-Game 40 mehr Damage. Senna wird genervt, Senna macht weniger Seelen-Damage, beziehungsweise sie kriegt weniger Attack-Damage pro Seele, so muss man sagen, bevor ihr mich jetzt noch knechtet. Und sie kann nicht so viele Seelen ernten durch ihre Autotecks. Shaco ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch den Stream von Red-A-A-L heute gesehen, er hat richtig hart geintet mit Shaco, es war eine gigantische Vieste, und er hat die ganze Zeit so den Champion geflamed, dass es so scheiße ist. Und jetzt wird er nochmal genervt, aber Shaco ist ja nicht scheiße, er hat nur reingesackt, aber war trotzdem lustig. Ja, Soraka wird etwas gebufft, sie heilt sich etwas mehr mit ihrer Q und kriegt auch mehr Movement Speed. Ja, Twisted Fate, dazu habe ich ja meine Meinung schon gesagt, ich finde, das ist Quatsch, dass man jetzt direkt auf 0, 9 das Ganze hochbufft. Wir werden sehen, ob es Quatsch ist oder nicht, aber 0, 9 ist in... Das ist giga viel, Leute. Also, ich muss auf meine Liste schreiben, auf jeden Fall Twisted Fate. Ähm, ja, Kayn ist sowieso drauf und Talon, da werden wir gleich noch zukommen. Urgott hat jetzt mehr Stun-Duration durch DE und mehr Slow-Duration und TQ. Weiger macht etwas mehr Schaden durch seine Q, hat ein bisschen bessere Stats. Wukong, Leute, was? Hä? Wukong? Hä? Wukong wirklich? Wukong? Ja, Leute, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und dann, wenn man damit am wenigsten rechnet, kommt's. Das Wukong-Rework ist da. What the fuck? Ähm, ja. Ich habe es ja die ganze Zeit überskippt, weil ich dachte, ja, es kommt eh nicht, es wurde ja schon 10 Mal verschoben. Ich weiß leider, ich habe den gerewirkten Wukong nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie der sich jetzt so spielt. Wir können aber, ich habe mir das natürlich durchgelesen, im Prinzip, was passiert? Er soll, ähm, mehr ein Trickster werden. Ich würde sagen, nee, wie Phantom Lance aus Dota, ich kenne die Erle nicht, wird er eher nicht werden, aber es geht vielleicht so in die Richtung, nee, auch nicht. Äh, auf jeden Fall soll mehr um seinen Klon gespielt werden. Er soll nicht dieser Typ sein, der auf dich drauf springt und dich mit dem Stock zerschlägt, sondern, ne, Klon-mäßig, wer ist die richtige? Der, Linke, ist es Dieter, ist es Olli, ist es Micha, ne, so nach dem Motto. Also, fangen wir an mit seiner Passive. Die Passive gibt erst, ist eigentlich gleich geblieben, gibt aber keine Magiristenz mehr und gibt jetzt mehr Rüstung, abhängig vom Level, beziehungsweise Scalen von Level 1 bis 8 zum Fall, was nämlich auch vom Level. Außerdem bekommt er 0,5% Maximum Health und jetzt das Interessante, weil bis dahin dachte ich, was ist das für eine langweilige Passive? Das Interessante kommt jetzt. Seine Bonis werden um 62,5% verbessert für 5 Sekunden, jedes Mal, wenn Wukong oder sein Klon ein Monster oder Gegner schon Champion schlägt. Das geht bis zu 8 Mal aka 500% hoch. 500%! 500% Leute! Also, heilige, heilige Scheiße. Das heißt, ihr kriegt 11 Rüstungen, jetzt können die Leute, Mathe-Mains hier gefangen. Ich gebe die Rechnung vor, ich werde aber nichts ausrechnen. Auf Level 18 könnt ihr 5 gegnerische Champions um euch herum haben. Das sind 55 Rüstungen mal 500%. Ist auf jeden Fall giga viel. Ist giga viel. Außerdem hier 0,5% Health Regen. Das ist auch insane giga viel. Klar, die Schwachstelle muss man direkt sagen, ist Magiristenz. Aber heilige, heilige, heilige auch auf der Lane, wenn du mal ein bisschen länger mit Wukong tracest. Er ist halt wie Darius, nur anders. Seine Q im Prinzip ist genau gleich geblieben. Allerdings wird er jetzt schneller geschlagen, wenn er mehr Attack Speed hat. Attack Speed wird, denke ich, sehr, sehr wichtig sein. Gerade wegen der Passive, die wir darüber geredet haben. Die Range scalt jetzt mit jedem Punkt, den du reinmachst. Aber ungefähr im Prinzip kann man sagen, ist es gleich geblieben. Allerdings ist der Cooldown höher geworden. Und jedes Mal, wenn Wukong oder sein Klon angreifen, wird der Cooldown von diesem Spell um 0,5 reduziert. Ziemlich cool. So, Warrior Trickster, das ist seine neue W. Und zwar ist es so, man hat jetzt 300 Range, die man dasht. Es ist jetzt ein Dash, die W. Ja, die W war ja der stehenbleiben Klon. Es ist jetzt ein Dash und kann aber nicht über Welle gehen, leider. Aber dafür hat er auch weniger Shelf-Duration und macht kein AOE-Damage mehr und hat mehr Cooldown. Aber es ist ein Klon und der hat es in sich. Denn der macht erstmal Damage, 70% später von deinem eigenen Damage. Außerdem greift der Klon dasselbe Ziel an, was du angreifst. Und der Klon macht dasselbe, was du machst. Der kann deine Q machen, der kann dein E machen, der kann auch deine Ultimate machen. Der kann alle deine Spells machen. Das ist insane. Und du kannst halt die Sachen, wenn du deine Q machst, dann wird der Decoy durch deine Spells die ganze Zeit gewafft. Also, das ist insane, muss man erstmal sagen. Und was ich nicht sehe, ist, wie lang hält der? Das steht hier nicht irgendwo. Wie lang hält denn der Klon jetzt? Das wissen wir nicht, das weiß niemand auf dieser Welt. Das ist schade, aber ich denke mal, der wird ein bisschen länger halten. Und dann musst du halt wirklich gucken, wer ist der richtige Wukong? Kriegt der Wukong mehr... Er müsste ja mehr Damage kriegen, der Klon, gehe ich mal von aus. Aber erstmal in der Theorie klingt das ziemlich cool. Ich habe es leider nicht auf dem BB gespielt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, seine E ist ungefähr mehr oder weniger gleich geblieben. Ein bisschen Stats hier, die Stats, ein bisschen mehr Attack Speed. Äh, die Ultimate wurde nochmal gechanged. Und zwar ist die Ultimate so, ist die Schrift eigentlich zu klein wahrscheinlich, oder? Aber die Ultimate ist so, ich lese es euch ja alles vor, ne? Die Ultimate ist so, dass sie jetzt doppelt aktiviert werden kann. Er kann einfach nochmal aktivieren. Aber dafür ist sie im Prinzip gezweiteilt worden. Das heißt, die ganzen Spells wurden mehr oder weniger halbiert. Ja, die Knock-Up-Duration zum Beispiel wurde von 1 auf 0,75. Das ist also immer noch ein Buff. Wenn du es 2 mal machst, hast du 1,5 Sekunden. Äh, aber die Spin-Duration zum Beispiel von 4 auf 2. Der Damage wurde natürlich... Der Damage wurde jetzt auf Maximum-Health gechanged. Das könnte... Es ging Tanks natürlich jetzt insane, muss man sagen. Heilige Scheiße. Ja, aber im Prinzip auch. Movement Speed wurde reduziert. Ähm, und diese ganzen Sachen wurden mehr oder weniger halbiert. Äh, muss man mal gucken, wie das Ganze wird. Klingt erstmal cool. Aber muss man natürlich sehen, wie das mit dem Klon so läuft. Ja, Xerat wird ein bisschen gebufft. Seine W macht ein bisschen mehr Center-Damage. Und die Ultimate macht ein bisschen mehr Damage per Shot. Das ist aber nichts Wildes. Jungle Champions habe ich mich ja schon drüber aufgeregt. Also, was heißt drüber aufgeregt? Aber ich will weder Shen noch Timo noch Jorik im Jungle haben. Brand Morgana. Die Brand Morgana und Zyra werden wahrscheinlich die absoluten Jungle-Gewinner sein, was diese Champions angeht. Weil die sowieso schon einen insane guten Klee haben. Aber ich weiß nicht, ob ich die alle dabei haben will. Funnel wird genervt. Ähm, Top-Lane. Äh, Top-Lane wird nochmal ein bisschen angegangen. Das heißt, der Stands wird verändert. Ist jetzt besser für Bruiser-Champs und weniger gut für Assassins. Dieses Item hat nämlich jetzt Rüstung und Magierensents. Dafür aber weniger AD. Und Teleport wird gechanged. Da muss man echt mal gespannt sein, wie das läuft. Gibt jetzt 3 Sekunden Movement-Speed. 30 bis 50 Prozent, nachdem ihr Teleport ist. Wie Homeguards quasi. Das alte Homeguards, wer es noch kennt. Ja, das heißt, wenn ihr teleportet, seid super schnell. Hat im Early-Game super viel Cooldown jetzt. Aber im Late-Game super wenig Cooldown. Bin ich kein Freund von. Außerdem finde ich Top-Lane langsam. Ich persönlich, du hast jedes... Irgendwie diese Solo-Lane-Experience ist komplett zum Kotzen. Du hast jedes Game einfach jemanden, der 5 Level über alle anderen ist. Das ist komplett kacke. Äh, naja. Ansonsten Aram-Balance. I don't know. Kaiser ist zu stark. Macht jetzt noch 5 Prozent Additional Damage. Hab ich keine Ahnung von Leuten. I'm sorry about that. Ähm. Aber Skins, Leute. Skins, 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 Skins. Blenden wir einfach diesen ganzen Müll hier aus. Ne. Alistar, Melfight, was das alle hier ist. Lux sowieso. Mordecai. Das interessiert keinen. Leute. Talon. Talon, Leute. Ähm. Also erstmal. Ähm. So. Machen wir mal Unlock. Sehr gut. Also der Standard-Skin. Der ist nett. Der ist okay. Gehen wir einfach mal durch. Ähm. Der ist so, naja. Der würde ich lieber den Standard-Skin spielen. This Skin, Best Skin. Der sieht insane aus. Die beiden hier sind meine Favoriten. Die beiden. Ich weiß noch nicht. Ich glaube der, weil dieses Haar so türkis. So ein bisschen Neon. Aber weiß ist auch immer. Die beiden Skins, so good. So good. Rot oder Orangen. Weiß ich nicht. Kann man mal machen. Der Pinke ist vielleicht so ein nettes Ding. Grün sieht noch ganz nett aus. Oder der hier. Ja. Bevor ich den spielen würde, würde ich lieber den spielen. Weil der ist der nur ein besserer. Also diese beiden Skins. Mua. Très bien. Werde ich mir sofort kaufen. Sofort. Und dann wird wieder Talon komplett durchgemaint. Durchgemaint bis Challenger. Ja. Das war es auch schon. Ähm. Außerdem kommt TFT Galaxy. Ja. Und ich wünsche euch was. Ich hoffe ihr habt einen wundervollen Tag. Ich hoffe ihr stayed very gesund. Und ähm. Bis dann. Later. Makareida. Mua.